Hallo und willkommen zu einem Video der ELO Digital Office GmbH. Hier demonstrieren wir Ihnen, wie Sie mit ELO Contract, der Softwarelösung für ein digitales Vertragsmanagement, in Ihren Vertragsvorlagen Klauseln in Form von Textbausteinen einfügen können. Wir starten mit dem folgenden Szenario. Sie klicken auf die Kachel Neue Vertragsklausel und es öffnet sich ein Formular, indem Sie eine Bezeichnung und den Autor Ihrer Klausel eintragen können. Bei Vertragskategorien legen Sie fest, ob diese Klausel in all Ihre Verträge aufgenommen werden soll oder, wie in unserem Fall, nur für die Kategorie Dienstleistungsvertrag zu verwenden ist. Gleiches gilt für den Vertragstyp. Auch hier haben Sie die Wahl, ob alle oder nur ausgewählte Vertragstypen berücksichtigt werden sollen. Mit einem Klick auf OK wird eine Klausel in Form einer leeren Word-Vorlage angelegt. Hier können Sie Ihren gewünschten Text einfügen. Wie bei ELO üblich, speichern Sie nun das Dokument, schließen es und checken es wieder in das System ein. Die Vertragsklausel ist damit angelegt. Wir wechseln nun in den Bereich Verträge und, wie Sie sehen, befindet sich unter Dienstleistung und, in unserem Fall, im Ordner der Firma Contelo IT, ein Unterordner mit dem Namen Vertragsdokumente. Hier können Sie neue Vertragsdokumente anlegen. Sie klicken auf Dokument erstellen, wählen dann den Dienstleistungsvertrag aus und bekommen von ELO diejenigen Klauseln angeboten, die Sie am Anfang angelegt haben. Sie wählen nun die erforderlichen Klauseln aus und klicken auf OK. Das Vertragsdokument wird generiert und öffnet sich in Word. Am Ende des Dokuments finden Sie Ihre eingefügten Klauseln. Selbstverständlich können Sie diese auch an jede andere beliebige Stelle im Dokument verschieben. Sie speichern das Dokument, schließen es und checken es wieder in ELO ein. Alle Änderungen wurden übernommen. Die Klauseln befinden sich nun an der gewünschten Stelle. Sollten Sie an Ihren Klauseln noch etwas ändern wollen, finden Sie diese im Ordner Vertragsklauseln. Sie checken das Dokument aus, fügen den fehlenden Punkt hinzu, speichern und schließen das Dokument, um es im Anschluss wieder in ELO einzuchecken. In unserem Beispiel, dem Dienstleistungsvertrag der Firma Contelo IT, können wir nun über den Button Dokument aktualisieren, die Klausel aktualisieren. Und wie Sie sehen, wurde die Ergänzung im Vertrag direkt übernommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Einblick geben in die Funktion Klauselmanagement von ELO Contract, der Softwarelösung für digitales Vertragsmanagement.